Willkommen und wieder zeige ich Ihnen heute was ganz besonderes. Einen Relax Sessel Youngstar von Ewald Schillig in der Ausführung Leder 130-69 Basalt mit Elektrik, mit Akku und mit Höhenverstellung. Ja, Youngstar ist meines Wissens der erste Sessel, der auch eine Höhenverstellung eingebaut hat. Der Sessel kommt direkt aus der Ausstellung von Ewald Schillig und ist sehr bequem. Leicht zu bedienen, braucht kein Kabel. Und hier nach hinten. Fast bis zum Liegen. Dann kann ich hier oben noch knicken, damit ich nach vorne schaue und nicht nach oben. Dieses Fußteil geht natürlich fast waagrecht. Und jetzt brauche ich kein Fernsehen mehr. Der Sessel passt zu vielen Modellen, hat hier eine schöne doppelte Kedernaht und eine kühle Farbe, gut zu schwarz-weiß-Optik oder zu knalligen Farben. Schöner, schöne schwarze Sternfuß, einen schönen schwarzen Sternfuß, drehbar, wunderbar, alles klar. Einmal habe ich ihn, einmal in dieser Farbe. Schnappen Sie zu. Dankeschön und tschüss. Tschüss. Vielen Dank.